Schlecht? Schlecht, ja. Oh. Na, die halten die schon die Hand vor, wenn die zusammen in den Kopf getroffen werden, ne? Ja, ja, ja. Ich denke dann, dass gleich jemand von rechts an der kommen könnte, ne? Jo, jo, jo. Wobei, die bleiben auch tot jetzt. Machen wir lieber Tür zu, oder? Und der eine nach rechts? Okay. 3A und andere Doppel. Mach immer die Müsse, was du willst. Aha. Starke flüssige Chemikalie. Also Hendrik läuft nicht, hat er geschrieben. Hendrik läuft nicht, aber Janine kann zu können. 4-Mann-4-Ecken-TV, ne? Es gibt zwei. Einmal 4-Mann-4-Ecken und einmal 4-Mann-4-Ecken-TV. Genau. Ich schreibe das nochmal in kurz. Tamara. Boah. Euch mal. Kommt. Ich bin. Ganz riesig. Oh nein So Irgendwo muss doch hier was Klar Oh da war was, da war was Ah, das hätte ich gar nicht gesehen Oh, das haben wir nicht gehört Ah, jetzt kommen die überall her Leicht angespannt rufen Ah, ist das gut Was ist noch einer? Kraut Das ist so eine Situation Ja, was hat es uns gebraucht? Wahrscheinlich nichts Ja, ich hoffe auch, dass die nicht alle mal wieder nach gewisser Zeit respawned werden Möchtest du? Ja, ich hoffe es nicht Weil das wäre dann schon ein bisschen Oh, jetzt glaube ich, müssen wir schon kombinieren wieder Starke flüssige Chemikalien, aha Dann haben wir auch starke Munition herstellen Dann müssen wir vielleicht irgendwann entscheiden, was für einen wichtiger ist, ne? Starke Munition oder starke Arzneimittel Hast alle schon durchsucht eben da auch? Nee, ich hab keine Ahnung, wo ich hier bin Wo, 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 wo Alter Schwedermann Stilvergesellschaft Ich dachte, du hast nur noch elf Schuss, ne? Wiederschuss Welcher ist es eigentlichen, links von dir, steht Aufmerksamkeit Hat er Angst? Oder wat ? Oder steht da dahinter Wow. Ach, Mann. Ja, ich hab keine Muni mehr. Na gut, mit denen würde ich auch keine Tür aufkriegen. Du hast keine Muni, du hast auch weggeschossen. Schaffst du ja wohl. Was ist denn das für ein Raum? Keine Ahnung, gehen wir gleich an. Kommt ja auch einer auf jeden Fall, oder? Oh, hier liegt Munition. Ach, da bin ich doch auch schon gewesen. Nee. Also... Hast du die Tür, hinter die wir zumachen? Nee, ne? Nee. Wie ne Pussy. Ja. Hast du die aufgenommen, die Munition? Ja, ja. Komm, jetzt noch mal einer. Ich weiß ja nicht, ob der... Wenn man zurückläuft, glaube ich, ne? Oh. Jetzt kam der, glaube ich. Hast du dann schon getötet? Hast du auch schon ziemlich viele getötet, oder? Ja. Alter Schwede. Aber Kraut. Ja. Ja, kombinieren wir was. Ja, ich kombiniere den ganzen Tag wieder, oder? Ein Halepack, denk ich mal, ne? Lieber. Ja. Ja. Trich. 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 Kann man was kombinieren? Ja, halt. Kann man, glaube ich, nicht mehr, oder? Muni. Dann würde ich... Ah, Snyder, oder? Wie hier? Ja, mach ruhig mal. Scheiße. Ach ja. Wir haben jetzt... Oh, jetzt haben wir eine Stelle... Ach nee. Fuck, ey. Dann müssen wir noch mal... Keine Ahnung. Rückkommen. Irgendwann. Snyder würde ich jetzt auch nicht nehmen. Da war die Sch... Schlankentür, ne? Aber wenn ich gleich zurücklaufe, müsste eigentlich einiger kommen. Dann kannst du nicht aufnehmen. Du hast keine Ahnung. Woher hast du eigentlich Dietrich, Ethan, ey? Wenn du den nicht mal für so viele Türen nutzen kannst? Denk dran, ne? Pass auf, da kommt es gleich irgendwo einer. Ja. Hey. Jawohl. Ach so. Aufladen. Aufladen. Jo. Manchmal ziemlich schwierig. Na, gut. Oh, geht ab jetzt. Wieder zumachen. Ja. Wie kann ich eine Karte aufrufen? Ja. Boilerraum. Sehr gut, da kommen wir nicht rein. Ist abgeschlossen von der anderen Seite. Boiler... Bleibt ja nur noch Boilerraum, oder? Was war denn im Krematorium? Da hast du alle Punkte zu öffnen? Ja. War nichts. Okay. Ja, das sind ja noch... Die sind ja... Ja, genau. Den Boilerraum. Wo der eine Freak aber noch drin ist, ne? Denk dran. Wer doch abgehauen ist, ne? Ja, stimmt. Die du eingeschlossen hast, glaube ich. Mal dich in das... 1-2-1-Duell... ...begeben. Das 14-Schutz. Das sollte eigentlich... Eigentlich reichen, ohne dass du jetzt... Eigentlich, ja. Ja, auch selbst wenn du jetzt mal 1-2-1 daneben schießt. Kannst du sogar leisten, damit ist ein Slots wieder frei. Nein! Egal, ja. Oh, da sind 2, das sind 2 glaube ich. Glaube ich. Ne, ich hab auch 2. Ich muss selber rauslaufen lassen, oder? Nein! Okay, 3. Das hast du vergessen. Was ist die Frage? Ähm... 3 Stück? Warum unter dein Gesicht? Eigentlich müsste du so eine eigene Reaction-Caption geben, ey. Ja! Alter, was mach ich denn jetzt? Äh... Auf jeden Fall ist Thomas ein Schlott. Äh, Schlott. Schlott. Ich würde sagen, äh... Den Skorpionsschlüssel könnten wir doch oben verwenden können. Für ne Tür oben, oder nicht? Ja, für die ganz viele Sachen. Würde ich jetzt auch noch irgendwas aufsammeln, was du grad nicht nehmen konntest? Äh, was waren das nochmals? Frissige, irgendwas frissig, ja. Die wir dann nicht nehmen konnten, würde ich mal nehmen. Und dann einfach wieder Richtung... Ne, können wir überhaupt nach oben wieder gehen? Theoretisch können wir nach oben gehen, ja. Ja. Ja... Ja... Ja, würde ich erstmal machen und dann in den Skorpionraum vielleicht rein. Ich glaub hier hinten war das, ne? Hm, ja genau, jetzt... Ne, da nicht, da nicht, oder? Ne, ne, jetzt links nochmal. Und dann... Ja, geradeaus. Und dann links ist auch da was dies. Ah ja, genau. Da geht's ja nicht. Da unten die Pistole-Munition. Ja, die reicht glaub ich. Du reicht jetzt ja nicht. Aber du kannst wieder was herstellen. Munition? Ne, nicht mal das. Ne, wir haben keinen Platz für Munition, oder? Schießpulver haben wir in der Truhe. Ja, aber du kannst auch ein Arzneimittel herstellen, ne? Ja, aber dann... Ja, aber dann belegt das hier wieder ein Slot. Aber dann ist das Kraut weg. Wir können ja auch aufbewahren für... für Munition später... ...herstellen. Aber wir gehen nochmal... Ach, du hast keinen Schiffruher dabei, ne? Nein. In der Truhe. Na gut, flippen wir uns jetzt. Jo, na gut. Wir werden ja wahrscheinlich sowieso wieder runterkommen müssen. Allein schon, um den Schlangenraum zu öffnen. Von daher, ja... Oha... Ja, lauf durch. Ich... Du kannst jetzt doch nicht mehr, oder? Warte, drei Stunden, ne? Wirf die Knarre, wirf die Knarre! Wo sie denn jetzt hin? Ja... Oh, oh, mach die Tüt. Wo ist jetzt der Faktor? Ja, jetzt raus, hier. Wohin, wohin? Rechts? Rechts, glaube ich, ja. Ich glaube nicht. Das war falsch. Wir kommen auf die Karte sonst. Ich bin hier nicht. Das hat andere halten, oder? Wir laufen gerade im Kreis, oder? Nee, guck auf die Karte. Ich weiß gar nicht, wo du langmachst. Oh! Es war doch klar, dass der da kommt! Ja! Ich hab gedacht, wir laufen jetzt den ganzen Zeit im Kreis. Ja, ist doch gut. Das Wetter gewinnt gegen den hier wohl noch. Ja, ich werd mal jetzt... Links jetzt? Achso, der kommt in den Boilerraum. Der kommt nicht rein. Lässt er wieder da rein. Ah! Sweet! Ja, mit nem Messer kommen wir uns irgendwie knackig vor, ne? Ja. Auf einmal. Ja. Und warum sind wir da nochmal durchgejumped so? Weil auch da so ein Freak kam, ne? Weil... Boah, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Safe... Ja, Safe-Raum, siehste. Das sieht doch schon mal gut aus. Boah! Nice! Was? Kannst du nochmal aufdrücken jetzt ja genau. Hä? Hast du es nicht mal gelesen? Kannst du bitte leben? Wollen wir das nicht schon? Nein. Wollen wir nicht. Was? Ich drehe mal um. Kannst du die andere Seite auch noch lesen? Ja, genau. Du hast den Lebensraum im Keller gesehen. Finde den erster Schlüssel hier raus. Na super. Keller. Hundeköpfe. Ja. Nur drei Stück. Ja. Also... Na, Schiefpulver kannst du schonmal verwenden mit dem... Mit der Chemikalie. Wo du Platz hättest. Was rüber packen wieder? Geht ja nicht. Was rüber packen erstmal. Nice. Ich sehe es schon kaum mehr. Diese scheiß antike Münze brauchen wir... Einmal. Ja. Ne, mehrmals wahrscheinlich. Aber irgendwann später erst. Wenn wir es hier lassen, brauchen wir es wahrscheinlich gleich sofort. Du kannst jetzt ja nachladen die Knarre, dann hast du wieder quasi den Muni-Flot frei. Lassen wir es erstmal so, oder? Das Schatz-Ding da können wir uns auch eben einprägen, oder? Ja, einfach jeden Kamin untersuchen, Punkt. Da ist wahrscheinlich irgendwo ein Hebel wieder dran. Ne, okay. Kamin mit drei... Der Kommode... Rechts daneben ist ein Fenster. Gut. Ja, dann äh... Do it now, do it good. Weg mit dem Foto. Hallo. Ah, wie hast du das gemacht? Drück da? Drück da. Achso. Danke. Okay. Mal eben kurz speichern. Ich denke, das ist... Oh ja, stimmt. Haben wir noch... Doch, haben wir schon einmal gemacht. Doch, das ist einmal. Gehst du ja noch kurz. Durchatmen. Haupthaus. Aus dem Haus fliegen. Ja, muss das mal überschreiben, ne? Du möchtest dir was zu erzählen? Ich bin gespannt, wie das Spiel endet. Auf die böse Art, oder auf eine Happy-End-Art? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Gibt zwei Händen übrigens, ne? Also... Ja, echt? Ja, 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 ja. Toll, hast du schon was verraten. Ja, die Frage ist jetzt, wir... Also wir haben eine... Oh, was war das gerade? Haha, Scherz. Äh, ich... Weiß nicht, Boiler-Rom ist glaube ich... Drei... Ich glaube, drei kriegst du nicht platt, ne? Mit der Munition, da brauchen wir vielleicht die Flinte nachher für. Äh, Skorpionschlüssel, ist ja die Frage, wo ist die Skorpion-Type? Da einmal. Ah. Aber siehste, dann geh doch da, dann geh wir da rein, oder? Ach so, das ist... Das ist eine Eingangshalle, ja, das ist nur eine Abkürzung. Ach so, das... Aber machst du ja trotzdem noch schon mal auf, oder? Dann bist du jetzt glaube ich unendlich auch los. Ne, das Skorpion ist ja für mich... Das kann nicht wahr sein, ne? Los, was wärst du denn bei den... natürlich schön schätzen die sich auch immer regenerieren und du darfst das mikrofon so halten war ich habe das ja du darfst das okay das war schon verstanden man ihn prüft nach den ton sie prüft doch jetzt schon den ton bestimmt hat sie auch schon geschrieben das ist gut ist wir weißt du dass sie das prüft wahrscheinlich gleich hier sogar der die da auf anderen seite wir haben schon mal hier so einen kleinen geheimen haben hätte ich was wir keine abkürzung gefunden so da brauchen wir schlüssel ja was wäre jetzt der sinnigste im keller können wir nicht den keller können wir nicht weil wir den schlangen schlüssel brauchen da liegt noch flinten munition im keller und der boiler raum ist unentdeckt aber da kommen wir dann acht schuss die du jetzt hast oder zehn auch nicht gerade weit das heißt sind wir kommen vorrat sehr die flinte bekommen und wochen dann gegenstand zum austauschen was vorrat zimmer waren wir da noch nicht drin oder was also gehe ich jetzt rückwärts links rechts überwachungsraum irgendwo ist ein penner hier oder die tür lieber zu oder wird sind oder willst du noch finden die typ was ist hier noch was hat die box die will ich aufkriegen ja unser schmalhemder mein gott da gibt es ja auch eine kopfnuss und dann ist das ding auch hä ach so durch den dietrich ja das schon jetzt gemacht auf einmal ein salon ein frischer salon oder sind krauthind in der ecke bekannte habe ich ja schon aufgenommen die dritte ist weg oder ist dieses den der idiot hat immer recht verbrochen bei benutzen das wahrscheinlich nur einmal benutzen das ding von dem lack ja ok kurzes vergnügen heißt jetzt man auch die map auf nach nicht aber auch mit schlüssel gut dann haben wir den dietrich jetzt nicht umsonst da hinten ist noch was dieses gewalt garage ist zimmer garage aber auch die polizisten verloren es zimmer ja das ist auch schon eine tour die wir nicht aufkriegen weil auch heute rum scheiße war das nirg ist unten das ist oben das jetzt obergeschoss genau das ist immer der größte aber da wird die wieder im inventarien das kopio und schlüssel ja sicher das war ja nach oben genau nach oben in der hauptraum dann einfach oben und dann kannst du eigentlich nur die eine richtung erst mal laufen ich würde einfach rumlaufen kommt automatisch in den haupt eingang oder den empfangs bereich der ist richtig geil wenn aber was kommen würde bevor es liegt so heeey hello my son extra nach oben oder was schritte Nee, doch nicht. Mal heilen die aber auch ein bisschen nach, die Schritte. Das ist auch richtig, oder? Ah, da ist er wieder. Oh! Ah, da hätte ich glaube ich nicht gesehen. Du musst auf jeden Fall in diesen Salon rein, wo er gerade rausgekommen ist, oder? Ah. Wo ist denn die Tür? Und da. Mal im Kreislauf. Ja, da hat er einen guten Riecher, der Kerl. Na, die Augen schlangen zu machen, ne? Jetzt rechts davon. Ich würde trotzdem mal lieber laufen, aber... Da ist gleich wieder hinter dir, der Affe. Weck sich immer. Ah, defekte Flinte. Mal austauschend. Mal austauschend. Mal austauschend. Ja. Was ist das? Okay, also Granny ist also vom Pilz befallen, der entfernt werden muss, ich denke mal den Termin hat sie verpasst, aber könnte ja auch Virus sein, also ich bin immer noch nicht ganz davon ab, dass das hier auch alles mit Virus, oder Viren zu tun hat. Oh, 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 er kommt. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. so was kombinieren auch nene also die flinte holen die flinte holen ja erst mal den hoschi los werden aber gut wie gesagt der falle die sprinte also kannst du eigentlich auch so weglaufen nicht mehr da also schlanzen mal rechts Ah, oder das war. Wo müssen wir hin? Da, einfach da die Treppe runter und dann geradeaus in den Raum rechts da rein. Wo der Kletterer steht. Das ist all too fun! Das erinnert mich ein bisschen an die... auch optisch ein bisschen... I'm out to you! Ah, dann halt ich jetzt. Aber wenn ich da jetzt reinlaufe... Da ist halt die Frage, ne? Du tauschst ja die aus, die Flinte. Geh jetzt mal rein, dann müsste der Raum mir eigentlich zugehen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Jetzt ist die Flinte. Ja. Oh? Oh. I'm an old man, son. You can't take on an old man? Pfff. Achso, ja, ok. Soll ich das übersehen haben, wa? Ich komm da irgendwie bestimmt von der anderen Seite wieder. Weil da unten immer so nabst, ey. Mit der fällt. Ich hab mich gewеждert, obwohl ich da meine Spitze wieder wundstufe. Woh. 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 Ich weiß auch was kann mich immer zusagen. Boden schmeißen? Dumm ne, dass das Spiel nicht... Wie sollen wir denn Platz für zwei Flinten haben? Ja, deswegen mach ich grad irgendwas auf den Boden schmeißen eben. Oh, das ist ja das für ein Viech.